Willkommen zurück, ihr Polstermöbel, Perverslinge, ihr Perverslinge vor allen Dingen. Polstermöbel, Perverslinge, wo ist da der Unterschied? Das stimmt natürlich. Wir haben gar nicht erklärt, warum jetzt immer noch mehr Honeypop kommt, ne? Das war das Spiel, das wir uns eigentlich ausgeguckt haben. Das ist nämlich ein Early Access und das ist aber noch so Early Access, dass es tatsächlich im Moment noch nicht wirklich spielbar ist und es auch noch keinen Multiplayer gibt. Deshalb haben wir das Projekt jetzt nach hinten verschoben und spielen einfach noch mehr Honeypop. Geh mal bitte auf Check Profile. So, dann gehst du mal da und dann machst du rechts unten random. Damit wir immer ein lustiges neues Kostüm haben und das machst du bei den anderen Bitches auch. Warum das denn? Dann suchen wir uns einfach immer das Coolste aus. Ah, na ja, gut. Warum pennt die Bitch denn so lange? Ja, die ist eine Zockerin. Die pennt bis bis nachts. Dann geh halt zu der anderen Schlappe. Dann lernen wir uns die Bitch einfach kennen und gucken dann, was da Phase ist. Oh Gott, oh Gott. Okay, du wolltest sie machen. Du wolltest sie machen. Du wolltest sie machen. Du wolltest sie machen. Du gehst, was du fragst. Ja, ich weiß. Ahem. 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 Du wolltest sie machen. Ich würde es versuchen, zu versuchen, zu machen. Das war's. Das war's. Das war's. Es ist gut, ich spreche mit dir später, vielleicht in meinem Haus. Wow! Ist diese Frau wirklich ernsthaft? Die Skullgirl-Lyform ist ein bisschen laut in der Nose, denkst du? Sie ist süß, blöde, blöde, so sind die Bonus-Points. Das ist die Klassiker-Next-Door-Situation. Sie ist schön, also nicht sagen Sie nichts, um sie zu schützen. Aber nicht Angst, um eine Chance zu nehmen. Take a chance, 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 take a chance on me. Ich hasse Abba, ne? Ich hasse Abba. Wirklich. Tut mir leid. Excuse me, do you know where I can find the Student Union? Hi, Student. I know this place inside and out. You go past the building here and take a left at the fountain. You can miss it. I haven't seen you around here before. Are you starting this semester? I teach her, Professor Sexy, call me. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm thinking about it. Would you recommend this school? Eh. Of course, this place is awesome. Mein Professor hat's the best. Eh. 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 Fick dich. Oh, my God, yeah. That is so crazy. How do you know? I'm on the cheerleading team. Just for your captain. What the fuck? My name is Tiffany, by the way. It's nice to meet you. Should I cheer you up? Go, go, bitchy girl. Go, go, bitchy girl. Die Lehrerin übrigens ist die, eh, SM Bitch. Ich war, ja. Für das Buch. Nur angedeutet, nur angedeutet. Naja, aber im Grunde ist sie eine SM Bitch. Ja, ja, das stimmt. Ich möchte übrigens auch die, die Milf machen. Die blonde Milf aus der Bar. Ja, 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 ja. Die würde ich gerne machen. Ja, wobei, da müsste, ja, okay. Ja, äh, wen haben wir denn dann noch? Dann nehme ich noch die, äh, Flugbegleiterin. Und die Inderin haben wir auch noch. Ja, und dann haben wir theoretisch noch das Alien. Ja, ja, nicht so einfach Papa. Nicht so viel für alle. Weiß doch keine. Also wir haben noch genug Stimmen für alle. Und wenn du so willst, kommt dann noch eine dazu. Da kommt noch eine drauf. Ja. Ja, egal. Äh. Talk to her. Immer noch morgens, das heißt wir können immer noch nicht. Du ist der Tag mit der Neokalexes! Äh, God, no! Those sluts can't be banned! Echt? Was? Was? Ich dachte das wär okay. Nee, das war schlecht. Ja gut, das hab ich jetzt auch gesehen. Naja. Gönn halt nochmal. You know, I've kinda been wondering, what's your opinion on people's fault? I can't stand smoke? Ja, richtig. Ja, das ist total geil, aber ich hab gesagt, ich hörte mit dir dampfen wahr. Das ist so bescheuert. Tell me about it! I had to grow up around it because of my mom! Aaaaah! Ach nee, du. Date time! Was mag die denn? Flirtation und Sexuality. Ja, dann lass Flirtation bumsen. Ja gut, wir können ja jedes Trade einmal pushen. Und gut. Let's go on a date. Obwohl, man muss ja sagen, im Laufe eines Lebens darf man so viele verschiedene Menschen und es gibt, ich glaube, man hat nie die Möglichkeit, sich nie zu widersprechen. Nee, das ist wohl richtig, aber wenn du gleichzeitig, also quasi am selben Tag zwei Frauen kennenlernst und die eine fragt dich, sag mal, rauchen, wie stehst du dazu? Oh, voll geil. Natürlich super. Und die nächste fragt dich, oh nee, überhaupt nicht. Das schlimmste, was es gibt. Aber auch mit so einer Stimme, ne? Ja, richtig. Ich, also mit Whisky und mit Frauen, äh mit Rauchen hab ich nix am Hut. Äh. My favorite barn is Motorhead. Holy Moly! Das ist ein verdammt cooles Outfit mit so'n scheiß Waldweg. Ja, wir gehen im Wald spazieren. Okay, ich komm mal! Ja, ich zieh einfach mal! Nicht an! Oh, Gott, no! Oh, boi! Dieses Spiel sorgt immer wieder für Überraschung. Äh, Passion, hier Passion ganz oben. Ich blampert. Ich blamper mich immer mehr mit IST. Äh, jetzt hier, dass die Herzen umwandeln. Was finde ich eigentlich? Sexuality findet sie scheiße, okay. Hier, die Herzen umwandeln. Mit dem Teddybärchen. Genau. Obwohl das eigentlich schon ein bisschen zu... Ganz runter, ganz runter! Nö, das ist egal. Ne, weil dann mehr Herzen da wären. Muss nicht unbedingt sein, hätte auch sein können, dass es keines mehr dazukommt, von daher. Und jetzt geht's nicht richtig ab. Bam! Bam! Nochmal Passion in der Mitte. Bam! Guck mal hier. Obwohl Sexuality... Mach aber trotzdem, vierfach ist egal. Vierer ist immer geil, ne? Ja, ja. Bringt fünf Punkte. Äh, hier Passion ganz nach, äh, wo du bist. Ja, so geht's auch. Ganz oben, ganz oben, ganz oben, ganz oben Passion. Ja, und Passion auch. Ah, Alter. Hier und dann Flirtation noch. Ja, nein, 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 nein! Nein, nein! Jörg hoch und... Genau. Und dann haben wir da die Möglichkeit... NEIN! Auf dem Vierer! Den macht man nicht weg. Wo denn? Ja, wenn du jetzt... Da fehlt dir nur einer. Mach einfach das nach rechts, genau. Und dann holst du ganz links das Herz nach ganz rechts, genau. Und dann die Glocke machen. So, und jetzt hast du nämlich einen Vierer. Bäm! 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 Das ist EXCELLENT. Da ist nur eine, da ist nur eine Glocke da. Ja, da ist nur eine Glocke da. Ah, deswegen wenn du es nicht. Ja, das finde ich nicht, ja. Und dann mach oben die Flirtations und ganz... ja genau das bringt jetzt nicht mehr so viel aber mach da macht den vierer mit dem mit dem mit dem blauen haben wir so fast zehn punkte noch da 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 das zwischen den gebrochenen herzen ach scheiße wenn das rüber schießt dann hast du ein dreier bei den herzen das geht nicht dann nach unten nach unten die 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 flotation das nach rechts genau die falte fällen die runter egal das war's ne eins fehlt noch und dann kannst du das aber jetzt passt es so ungefähr das gibt wieder mann ich finde auch geil dass das geld hier muni heißt und jetzt zieh dir wieder was an jetzt kommen jetzt mal butter bei ihr fisch hin das ist ein wanderweg und die rennt da nackig rum das war zufall also das ja aber das ist doch wieder quasselmarkt das war da ziehen wir der der bitch das an einfach jetzt rennt sie überall damit rum das coconut coconut never never wear anything else in your entire life der klingel und ich das bei meinen freunden in england ziehe die klaren mir links und rechts rein und ich ans pub reinkommen und sage oi what shaking bacon kriegt eine von barmann und zwar zu recht Ja, komm, fragen wir einfach ein bisschen was. Hey, du bist toll, ich mach die 5 und 4. Ach ja, alles klaro. Ja, nächste Bitch. Ähm, Frau. Bitte? Ja, die pennt auch. Es ist immer noch morgens. Weil wir immer noch die Frauen alle kennenlernen. Das geht den ganzen Morgen. Ach ja. Ach so, Quatsch. Ja, egal. Normalerweise, wenn die Szene wechselt, ändert sich ja die Tag, aber... Ja, 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 deshalb... Jetzt haben wir auf. So, what are we on, man? Oh, fuck. Ich weiß, wer jetzt dazukommt. Ja. Moment, ich weiß, wie ich die mache. Good morning, Echo. What's wrong? Seems like something's bothering you. Yeah, life. How are classes going? I don't want to talk about that. Well, I think I have just a thing. I'm headed to the beach to work on a few poses. Join me. Nothing like a little exercise to melt that stress away. Uh, not today. I'm just not feeling it. Will I at least be seeing you this weekend at the studio? I'll be there. I don't think I have anything else going on for once. Great. Can't wait. See you there. I have like the worst case of yellow fever ever, racist ever, like a yellow flag in the liver. Fuck, guys. That is a tough approach. She's kind of in a shitty mood. To say something stupid to try. So say, whatever, do it. I don't want to want the stupidest and the better. Fuck these birds. Das ist ziemlich dumm. Alter, du läufst durch den Park. Hiermit hat es funktioniert. Ah, Gott. Hiermit hat es funktioniert bei mir. Dann versuch mal, versuch, fuck these birds. Fuck these birds, am I right? Er lacht sich kaputt. No. I love the birds. Das letzte? Nee, ich würde das erste nehmen. I'm only kidding. I just thought you were cute and wanted to meet you. Das ist nämlich das Witzige. Das ist nämlich eigentlich ist das die ESM-Schlampe des Spiels halt. Und findet aber trotzdem so niedliche Sachen niedlich. So total unstereotypisch. Eigentlich müsste die voll so unterwürfigen Scheiß geil finden. Wie es Asiatin ist. Ja, das sieht nicht. No, I look like a mess right now. I'm sure my hair is a disaster. I'm just trying to relax. Enjoy a little down. I teach up at UOG. You know the place. It's like the only university in the city for some reason. Ja. Ja, danke. Spiel. Ja. Das ist die einzige Universität in Hannover. Ja. You don't say. Ich dachte, ihr habt die 17. Ja, das ist so ein amerikanisches Ding oder so, wo du Universitäten hast. Ja, stimmt. Er hat ja auch FHs gesehen. Also, aber egal. Äh, hier das zweite, glaube ich. Oh, so you've got that sexy T-Shirt angle going then? I don't know about that. I have a couple students who would probably agree with you though. I'm glad you came over here. I needed a little good love. The kids call me Mrs. Yumi, but you can call me Aiko. Aiko, what has been edited to the colony game. Aiko, 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 Aiko. Ja, die blöden Schnacken mal wieder mit der blöden Kuh. Mmm. Mmm. Ein Rasiere geworden, oder? Über 5 hier, du musst dann auch schon vorlesen, das ist wichtig. Oh ja, entschuldige bitte. Something I can help you with. Das ist so kompliziert, weil ich mich immer nach vorne lehnen muss, damit ich näher ans Mikro komme, wenn ich so leise rede. Äh, das ist aber... So, I won't forget it. When is your birthday? I'm sure you forget it anyway, but it's November 9th. 9th? 9th, 9th, 9th. Nein. Ja gut, äh, Date. Ja, gut. Date. Ja. Date type. Ja, warte. Hier steht auf Sex. Richtig, einen Penis unten rein schieben. Ja. Oh! Hallo. Oh. Das ist hier verkleckt, ne? Da, und Boko, wieso hatten wir das gemerkt? Nö, also in der Aufnahme nicht, aber ich hab's gesehen. Ach ja, stimmt. Der darf die Bildschirr übertragen. Ich sitz daneben, meinst du natürlich. Ja, das ist ja... Du kommst mich ja nicht mehr besuchen. Nee. Mach nicht. Seid dein Penis in meinem Sofa hängen geblieben ist. Äh, oh Gott. Oh, yeah. Ja, vierer, vierer, vierer. Ja, vierer. Ah, ha, 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 ha. Ja, ist Verschwendung, ist Verschwendung. Äh, egal. Du bist Verschwendung. Äh, hat mein Vater auch immer gesagt. Ja, hier links, die Entertainment-Blase. Links, die Entertainment-Blase? Ja, das, da, wo du drauf bist schon. Das ist, das ist Talent. Ah, whatever. Get your shit straight, bro. Yes, yes, ja. Yes, yes, ja. Ja, der war gut. Ah, und jetzt hier Glöckchen. Yes. Ring mal. Don't you ring my bell? Ring my bell. Ding, ding. Ding, ding, ding. Ja, ha, 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 ha. Hier, und jetzt da, vierer. Bam, schüttel, knäuer, bo, 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 bo. Na? Ah, ah, ah. Passion hoch. Passion hoch, wir müssen Passion noch hochkriegen. Ja. Wenn sie erst den Bärchen schenken müssen, egal. Nö, ich hätte... Da, das war voll die Verschwendung. Du, das ist überhaupt keine Verschwendung. Jetzt den Scheiß-Teddy. Jetzt den Scheiß-Teddy. Jetzt kriegst du den Scheiß-Teddy. Guck mal, hier, fast ein Fünfer, Alter. Ja, aber nur fast. Oh. Das ist ja Rechtsklick. Das Rechtsklick immer, ne? Ja, ja, ja. Wollen wir erstmal den Einzelnen hier. Because of reasons. jetzt kannst du jetzt kannst du die sexualität da reinballern ja oder so und dann den anderen macht den dreier links ja oder so den kannst du auch machen jetzt hier glöckchen nach rechts außer außer rechten ja wir vier grünen leben das für monster kill 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 der grün wäre schlecht weil dann hast du die drei herzen aufeinander korrekt am und dann ja das was du hattest war gar nicht schlecht nimm mal den blauen und ziehen nach links mach mal bitte einfach den blauen den blauen den du hattest geh mal nach links ja und jetzt nach links rechts nieder den und den nimmst du jetzt nach links ja so und jetzt kannst du nämlich ach so der vierer ist dann weg ist egal ja jetzt darfst du gerne und das sind zwei mums das ist doch schon mal zwei mums mehr ja das richtig brauchen wir aber gar nicht mehr vielleicht nicht ist doch scheißegal was wir jetzt machen eigentlich so viele moves wie wir noch haben hier Romance nach rechts oder so ist auch egal jetzt nochmal Romance nach rechts und dann haben wir es die Musik ist ja ich aber also ich hab mit Drake gerade ist auch ganz schön ja ist auch nicht schlecht hast du zwar die ganze At the time a woman who knows what she's doing shows up in my life ok wenn ich durch jetzt wirst du gerne wie das im real life aussieht eigentlich diese dates ja ja komm jetzt läuft die auch den ganzen tag in Bad anzug ja bitte natürlich das macht voll Sinn because of reasons weil Lehrer machen das richtig ihr würdet verarscht wenn eure Lehrerin das nie gemacht hat sind wir durch mit der Folge jetzt eigentlich theoretisch ja ja dann herzlichen Dank fürs Einschalten ihr könnt ja mal sagen äh weiß ich nicht wen findet ihr am geisten von den einen wen würdet ihr am liebsten ordentlich wegfinden als erstes ich sag's wie es ist wen wollt ihr mal richtig die Fleischbeite unten reinjagen das redest du weil sie auch nicht das Spiel verbirgt mich hast du mit Trunk ja nein aber ihr könnt ihr könnt natürlich gerne auch äh schreiben wen wir zuerst äh mit nach Hause nehmen müssten an eurer Meinung nach na dann gucken wir da mal genau und ansonsten wo ist es denn sonst baby woop woop wünsche ich euch viel Spaß jo ebenso beim nächsten Mal tschüss